Tragischer Ertrinkungsunfall in der Nacht auf Montag im Tiroler Oberland. Zum schrecklichen Zwischenfall am Wolfsee war es gegen 23.30 Uhr gekommen. Ersten Informationen zufolge dürfte der Mann versucht haben, den See zu durchqueren. Dabei sei plötzlich ein gesundheitliches Problem aufgetreten. Der Mann habe noch versucht, sich an einem Bekannten festzuhalten, sei aber dann untergegangen. Es wurde sofort Alarm geschlagen. Daraufhin wurde eine groß angelegte Suchaktion in die Wege geleitet. An die 100 Einsatzkräfte von Wasserrettung Feuerwehr und Polizei waren vor Ort. Gegen 0.30 Uhr konnte der leblose Körper des Mannes schließlich von Tauchern der Berufsfeuerwehr Innsbruck in einer Tiefe von rund 3,5 Metern gefunden und geborgen werden. Für den Mann kam jede Hilfe zu spät. Verbrauchz scribe etwas zu schützen. Verbrauchz werden die grosse Zeit über das Briefspathen geben. Zu den Mannen.